herzlichen willkommen liebe leute zu forza horizon 2 wir sind wieder zurück dürfen uns eine neue meisterschaft auswählen american racing championship modern muscle championship oder cult classic champion ich wäre für modern wasser weiß man kann auch alle meisterschaften sich angucken aber möchte schon die nennen die brauche gegeben sind credits kaufen auf zum nächsten ort castelletto werden wir auf jeden fall genießen und zack 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 schön die trauben ernte für den arsch was würdest du in deinem cleo weg mit dir so quer beziehungsweise der hack wäre ausgebrochen das ist so eine geile straße vor allem rechts von uns mit dem meer links von uns die berge die klippen das ist krass so 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 Und da vorne ist es... Und da vorne ist es... Und da vorne ist es... Wow, von wo kommt denn das Eisenschwein her? Sag mal, ich fahr mal geradeaus... Ja, das ist los mit dir. Wie geht das? So, komm schon. So, sehr gut durchgekommen bis jetzt. Ein sehr schön fahrender Armee. Hopp, hopp. Hopp, hopp. So, dann gehen wir hier hin. So, dann gehen wir hier hin. Ich mag das Game. Es ist grafisch immer noch sehr, sehr geil. Auch wenn es von 2012 ist, aber es ist halt grafisch immer noch sehr schön. Oh, nächstes Rennen. Und, let's go. Strennen. Oh. 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 Oh Gott. Als erster durchs Ziel. Das wird ja langsam zur Gewohnheit. So, das haben wir auch abgeschlossen. Und da, das wird ja klar. Schade. Schade. Und zack. Let's go. Das ist ein Drei-Runden-Rennen. Okay. Alles klar. Ich muss an der Corvette da vorne vorbei. Ja. 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 Eine sehr geile Strecke unter anderem Quar wollte ich da jetzt eigentlich am Ende nicht, aber egal, gewonnen ist gewonnen Du machst dir langsam richtig einen Namen Dann einmal noch da hochfahren Wer damit Oh 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 Das letzte Rennen Oh Mann! Ohhhh! Wat'n Sprung, ey! Und zack, nach unten. Also Offroad mit der Stingray ist auf jeden Fall nicht nice. Puh! Jump! Jump! Jump around! Up around! Okay, nicht da lang. Oh fuck! Ohhhh! 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 Scheiß Baum! War ja klar, dass ich den Baum noch irgendwann erwische. Ohhhh! Aua! Ohhhh! Ich brauche eine neue Corvette Stingray. Die ist komplett für den Eimer. Du hast schon ganz schön viele Fans. Genau so! Hol dir einfach einen Meisterschaftssieg nach dem anderen. Das war's für heute mit dem Rennen in Castelletto. Kommt am Treffpunkt zusammen, wenn ihr weitermachen wollt. Dann steuern wir das nächste Ziel an. Nach Montellino. Nach Montellino. Ach! Ist ja Raum! Na gut! Dann kann ich in der nächsten Folge auch den Scheunenfund einsammeln. Perfekt! Dann fahren wir noch nach unten. Aua! Da! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020